liebe schülerinnen und schüler liebe eltern liebe kolleginnen und kollegen willkommen beim insider januar 2022 am 1. februar beginnt unser zweites halbjahr deswegen ist es wichtig zu erkennen wie ihr in jedem fach steht bei uns bekommt ihr deswegen diese sogenannten halbjahresinformationen die wohl meist auch als halbjahreszeugnisse bekannt sind diese sollen euch zeigen wo ihr gut steht und wo ihr noch ein wenig mehr tun müsst wenn ihr mit einer note nicht zufrieden seid dann fragt bitte beim jeweiligen lehrer nach was ihr ändern müsst um auf eure gewünschte note zu kommen nach dem gespräch solltet ihr mit dem lehrer oder der lehrerin vereinbarungen treffen und du fragst dann bitte regelmäßig nach ob du auf dem richtigen weg bist die halbjahresinformationen werden am wochenende vom 29 und 30 januar in den chat eurer eltern eingestellt so dass diese sie dort abholen können an die eltern bitte einfach mit einem daumen hoch bestätigen sie müssen nicht unterschreiben bei fachlichen fragen und ziel vereinbarungen wenden sich die eltern bitte an den fachlehrer bei allgemeinen fragen bitte an die klassenlehrer während bei den meisten schulen bei nicht ausreichender mitarbeit ein mangelhaft oder ungenügend verteilt wird möchten wir euch die chance geben euch zu beweisen was ihr könnt deswegen schreiben wir in den halbjahresinformationen bei schülerinnen und schülern die nicht genügend arbeitsleistung für eine note gezeigt haben zumindest nach unserer wahrnehmung ein nnf das steht für note nicht feststellbar wenn nnf bei euch im zeugnis irgendwo steht dann ist es ganz extrem wichtig mit dem lehrer dort kontakt aufzunehmen und zu vereinbaren was ihr tun sollt gleichzeitig machen dies bitte auch die eltern damit auf jeden fall am ende des jahres eine gute note dort steht für uns ist es wichtig dass ihr mitsprache habt deswegen werden wir immer weitere dinge einführen bei denen ihr mit entscheiden dürft diesmal ist es eine neue form des unterrichts die schüler thementage frau gallardo hat sich dieses konzept ausgedacht und wird es gleich vorstellen und bittet auch gleichzeitig um eure mithilfe auf jeden fall so und so Untertitelung. BR 2018 Liebe Schülerinnen und Schüler der Wilhelm von Humboldt Online Privatschule, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Wir Lehrerinnen und Lehrer möchten euch als Neuerung in diesem Jahr die Gelegenheit bieten, eure Themen, Fragen und Interessen noch mehr in unser Schulleben einzubringen. Daher wird es demnächst einen Schüler-Thementag geben, denn vielleicht habt ihr, wie in den Videos gezeigt, manchmal auch eine Frage im Alltag, auf die ihr gerne eine Antwort hättet. Als Vorbereitung für diesen Tag stelle ich euch jetzt die Pinnwand für die Organisation vor. Diese erreicht ihr über den QR-Code oder den beigefügten Kurzlink. Auf dieser Pinnwand seht ihr im oberen Bereich die Schulfächer angeordnet. Darunter dürft ihr die Themen notieren, die euch interessieren, die ihr vielleicht aus dem Unterricht wiederholen oder üben wollt. Es ist euer Tag für eure Ideen. Bitte erstellt für ein neues Thema einen neuen Eintrag, notiert einen kurzen Titel und unter Inhalt eine ausführliche Frage oder Erklärung eures Themas und speichert euren Eintrag. Ihr könnt diesen auch noch einmal bearbeiten, wieder löschen oder in eine andere Kategorie verschieben. Wenn die Sammlung der Themen spätestens am 22. Januar abgeschlossen ist, gestalten wir Lehrerinnen und Lehrer dann einen ganzen Tag für euch und mit euch. Lange Rede, kurzer Sinn. Öffnet die Pinnwand und los geht's. Wir freuen uns auf eure Vorschläge. Die Daten verlängern wir natürlich, weil das jetzt schon abgelaufen sind, diese Zeiten. Das heißt, da werden wir euch noch weitere Informationen geben. Der Link, um die Pinnwand-Einträge zu machen, wird hier unter dem Video stehen und wir werden ihn auch noch einmal extra verteilen in den Klassen. Herzlichen Dank an Frau Gallardo und wir freuen uns über eure Einträge. Bitte geht verantwortungsvoll mit den Einträgen der Pinnwand um. Ihr habt in den letzten Monaten Online-Diagnosen durchgeführt. Herzlichen Dank dafür. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, was wir mit diesen Ergebnissen machen. Nun, zunächst einmal sollen die Ergebnisse, die ihr übrigens auch selbst in der Online-Diagnose sehen könnt, euch zeigen, ob noch irgendwo Lücken sind. Sollte dem so sein, dann könnt ihr euch auch die Fördermaterialien herunterladen und selbstständig durcharbeiten. Das braucht ihr aber nur, wenn irgendwo größere Lücken sind. Die Diagnosen zum Halbjahr, also die, die wir jetzt gemacht haben, dienen vor allem euren Lehrern, um zu erkennen, ob im Unterricht nochmal ein Thema intensiver mit der gesamten Klasse aufbearbeitet werden müssen. Ende des Schuljahres werden wir dann noch einmal eine Diagnose durchführen. Diese ist dann individuell für euch sehr wichtig. Denn in den letzten drei Wochen werden wir dann die Förderhefte gemeinsam durcharbeiten. Keine Sorge, die Ergebnisse der Online-Diagnose beeinflussen eure Noten nicht. Sie sollen euch wirklich nur helfen, damit ihr beruhigt seht, dass ihr auf Stand seid. Ab dem zweiten Halbjahr werden wir B-Klassen eröffnen und haben dann viele neue Schülerinnen und Schüler. Einige der neuen Schüler werden bereits auch in die bestehenden A-Klassen kommen. Bitte begrüßt sie herzlich und helft euch gegenseitig. Herzlichen Dank dafür. In euren Klassenteams wurden bereits die neuen Stundenpläne eingestellt. Bitte achtet darauf, dass ab Dienstag, dem 1. Februar, sich eure Meetings ändern. Bitte prüft nach, ob bis Montag, den 31. Januar, alle neuen Meetings bei dir im Kalender stehen und schreibe den Lehrer bitte an, falls noch irgendwo ein Meeting fehlt. Wir haben jetzt einen Twitter- und einen Facebook-Account. Herzlichen Dank an Herrn Utz, der sich bereit erklärt hat, die Gruppe bei Facebook zu moderieren und Herrn Bredow, der sich um unsere Präsenz bei Twitter kümmert. Die Gruppen selbst sind über die im Video, also hier auf dem Bildschirm angezeigte Zeichenfolge einsehbar. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis. Da wir keine Feueralarmübungen durchführen können, werden wir einen anderen Ernstfall proben. Unser Teams, unser Microsoft Teams wird an einem Tag ausfallen. Was ihr dann machen müsst und wie ihr dennoch in euren Unterricht kommt, werden euch eure Klassenlehrer bald sagen. Und damit wünscht euch das gesamte Team der Wilhelm-von-Humboldt-Onlineschule viel Erfolg im zweiten Halbjahr und noch einmal herzlich willkommen für unsere neuen Schülerinnen und Schüler.